Da war noch voller Zuversicht. Anfang des Monats sagte VW-Chef Herbert Diess im Süddeutsche Zeitung-Interview, die Innovation kommt auch, indem man Etabliertes, was nicht mehr funktioniert, in Frage stellt und abreißt. Vielleicht haben Sie das auch im Volkswagen-Aufsichtsrat gelesen und nun auf Diess selbst umgemünzt. Der war zuletzt schon mehrfach in Frage gestellt worden. Nun soll ab 1. September der bisherige Porsche-Chef Oliver Blume für Innovation sorgen. Thorsten Habke in Hannover berichtet seit Jahren über VW. Thorsten Querell gab es zuletzt einige. Aber warum muss Konzernchef Herbert Diess jetzt gehen? Was der konkrete Anlass war, darüber darf spekuliert werden. Aber bekannt ist ja, dass die Arbeitnehmerseite Herbert Diess schon am liebsten vor 2 Jahren entlassen hätte. Auch beim Land Niedersachsen war man skeptisch bezüglich seiner Amtsführung. Aber die mächtigen Familien Porsche und Piech hielten zu ihm. Die haben offenbar jetzt ihre Einschätzung geändert und halten die Hand nicht mehr über ihn und sind der Überzeugung, dass er zwar der Richtige war, um das Unternehmen mit neuer Strategie in Richtung Elektromobilität aufzustellen, aber möglicherweise nicht der Richtige ist, um dieses operativ umzusetzen. Das soll jetzt der bisherige Porsche-Chef Oliver Blume machen, als Nachfolger in der VW-Spitze. Was ist denn von ihm zu erwarten? Das kann man auf eine Formel bringen. Teamplay statt Alleingänge. Er gilt als jemand, der mit allen Seiten im Unternehmen gut klarkommt, und der vor allen Dingen die Belegschaft und das Management mitnehmen kann. Und das war es ja, was Herbert Diess zum Schluss vorgehalten wurde, wozu er nicht mehr in der Lage gewesen sei. Dies also der Generationswechsel bei Volkswagen. Teamplay statt Alleingänge. Thorsten, danke für die Informationen nach Hannover. Bitte. Und jetzt passiert es. Vielen Dank.